So, da bin ich wieder, ich habe gerade mal nochmal die Audioaufnahmen angeschaut und ich hatte mir zwei aufgeschrieben. Das eine war wegen Timmy H. irgendwas und da habe ich festgestellt, das muss eigentlich derjenige sein, wo wir da in diesem unteren, nassen Bereich schon den Code gehackt haben, falls ihr euch noch erinnert. Ich glaube nicht, dass wir den noch finden werden und die Mutter, ich habe mir den anderen Code angeguckt, das ist Raum Nummer 7, stand in dem Diary und das muss das hier sein und der Code, den die Mutter gesagt hat, war nicht der 5380er, beziehungsweise 3580er, 3580er, falsch, 5380 wäre richtig gewesen. Ist auch egal, 7533 müsste hier das Richtige sein. Tadaa! Hm, ich würde schon mal gerne so ein paar Vergleiche von den Texturen haben, also ich muss schon sagen, ich meine, ich bin recht sicher, dass sich auch das Original Bioshock sehr gut gehalten hat und gut gealtert ist. Ähm, aber das hier sieht ja schon nicht übel aus, die Master-Version. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber ich finde, die sieht eigentlich, so von der Farbgebung her und von den Lichteffekten und so, sehr, sehr schön aus. Ich glaube, die haben hier echt einiges richtig verbessert, um ehrlich zu sein. Schaut mal hier. Saw Mascha today, das ist die Mutter, die, äh, Angst mit ihrer Tochter hatte. Wir sahen unsere Mascha today. Wir haben sie nicht gesehen. Das ist sie, Sam sagte. Du bist verrückt, ich habe ihm gesagt. Das Ding? Das, das ist unsere Mascha? Aber er war richtig. Ja, da waren ihre Sorgen wohl, oh, berechtigt. Hm. Also, Speedy Hacker finde ich interessanter und Security Express, was ist das? Security Express, habe ich vergessen, was das ist. Müssen wir mal gucken. Aber das Speichern wäre es mal gucken und das nächste Mal an. Und das sind wohl die Eltern von den beiden und die haben, naja, Selbstmord begangen. Weil die das hier nicht ausgehalten haben, ich weiß nicht, ob die sich, also die haben sich wahrscheinlich dagegen gewehrt. Ähm, okay, mit Alkoholat ist runtergeschluckt. Haben sich wohl gewehrt gegen, also die wollten keine, äh, wie soll ich sagen, sich nicht mit Elm vollpumpen. Fair enough. Okay, also, Raum Nummer 6 haben wir gelootet, beziehungsweise haben wir uns angeschaut. Haben wir geknackt und dann bleibt uns ja nur noch dieser Raum hier übrig. Hier ist aber noch niemand. Da, da, das, da, das wäre jetzt ein sehr guter Einsatz hierfür. Eben, wir sind hier nicht. Wir haben, da. Da, 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 geht's! Ey, das ist mir jetzt so blöd. Ich weiß ja voll das blöde Tonikum hier. Das funktioniert ja gar nicht. So, was haben wir hier? Proximity Mine, Shotgun, Eve, her damit. Wir haben jetzt einen Schmuggler, Kisten. Äh, die sie an, an, äh, Ryan vorbeischmuggeln wollten. Electric, sehr gut. Ich habe aber keine Lust nochmal gegen einen Big Daddy zu kämpfen. Da falle ich jetzt gerade mal drauf. Der Reward ist mir nicht, äh, ähm, hoch genug, würde ich sagen. So, den, nein, den hier brauchen wir. Den hier, vermeintlich. Was haben wir dann den hier? Haben wir noch einen Waagerechten? Jawohl, und fertig. So, what is this? Äh, ja, geil, her damit. Okay, unser, unser Eve, ähm, äh, Vorrat verbessert sich wieder. Hm. Hm. So, der hört sich ziemlich nah an, ist der hier hochgelaufen. Ähm, aber jetzt schon wieder frage ich mich, was haben wir jetzt eigentlich gewonnen? Hier ist auf jeden Fall die schwarze Hand. Also, diese schwarze Hand hier, die scheint, äh, was soll ich sagen? Wow. Ähm. Guck, können wir den denn noch? Ja, geht noch. Ähm. Ja, das ist die schwarze Schmuggelhand und so. Ja, das ist die schwarze Schmuggelhand und so. Was ist das? Ich bin sorry, Vater. Ich werde was du sagst. Ich werde was du sagst. Dieses Ding soll nochmal hier rüberkommen. Dann würde ich das gerne hier hacken, irgendwie. Ein bisschen weiter, ein bisschen weiter noch. Jawohl, und fang. Wow. Wow. Komm, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Schmeiß das scheiß Teil. Mann. Ach, fuck, ey. Ah. You shall know, I am the Lord. Schmeiß halt. Noch einen. Oh. Wo ist denn das Ding? Okay, disabled. Ah ja. Dann hacken wir das doch gerade mal. So, was wir hier dran hängen, haben wir ein bisschen mehr Zeit. Äh, das muss hier runter, ist aber ziemlich einfach, glaube ich. Dann mal den hier. Und vielleicht haben wir genug davon. Einen noch. Ne, wir brauchen den da. So, jetzt... Okay, wir müssen zu Peaches, wir haben alles, was wir brauchen. Okay, da ist der... Ist der Big Daddy drin. Ist... Kann uns egal sein. Komm, dann kann ich mit dem Ding zurück. Okay. Ähm... Augen aufhalten nach Pistol Rounds und so. Sehr gut. Okay. So. So, Research Progress B. Alles klar, wieder ein Lead Head. Komm, jungen. Higs. Oder Mädel. Können wir die Maschinen eigentlich auch hacken? Moment. Der... Verpassen wir. Ähm... Multiple Subjects, okay. Ja. So. Okay. Die Dinger kommen wir... Research... Ah, super, die können wir auch hacken. Musste ich gar nicht. Exit Shot, ja geil. Terrors are running to... Ja, wer hätte das gedacht, Mann. Aber, ich werde das Ding jetzt nicht hoffen. Ah! So. Oh. Wow, Alter, ich hab ihn ja voll nicht gesehen, Mann. Man. Where the fuck? Okay. Gut, dann. Wo ist die Ratte hin? Der stand hier. Reaktivate. So. Zoomen kann man ja leider nicht damit. So, jetzt haben wir Rosie, okay, Multiple Subjects, alles klar. Ähm, ist natürlich die Frage, ist es geschickter, sich hier vielleicht vorbeizuschleichen? Wo geht's mir lang eigentlich? Hä? Hä? Ist das hier zufälligerweise das, wo wir lang müssen? Wolf, Herr Wolfmeister, ich glaube schon, wa? Ich hab grad so ein bisschen die... Ah, Orientierung verloren hier. War er hier schon mal? Kann das sein? Kann ich mich an so nicht erinnern. Also ich war definitiv nicht. Ich hab' ein bisschen... Und ich hab' ein bisschen... Oh, nee. Oh. Ich hab' ein bisschen was über das, was ist das, was ich hab' gemacht. Als ich aufbauen, Gebäude und Fischfuturze, war er die Markt auf genotiken und Nukleotidequellen. Diese Rapture ist vor meinen Augen transformiert. Die große Chain ist weg von mir. Vielleicht ist es Zeit, dass es einen Tuck geben wird. Das gibt's nicht. Wie kann man denn so hart daneben schießen? Das war ein Elfmeter. Verschossener Elfmeter war das. So, also hier ging er zurück. Okay. Was ist denn das? Ranch Locker. Quote Footsteps, she's damaged. Nee. Ja. 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 Ah, die können als erstes Actives benutzen, okay, ja, um, gut, habe ich verstanden, ich muss treffen, wow, alter, ich habe gerade auf F gedrückt, oh man, wo ist die, die letzte Vita-Chamer, ah, wo ist die, sind wir, keine Ahnung, alter, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, ach, wir sind hier, wo wir sein sollen, okay, das ist unser Ziel, aber das finde ich lame, wir wurden jetzt unserem Ziel, äh, vor, ähm, vorgeteleportet, wir waren eben noch da oben, also, aus, aus dem würde ich gerne an die, äh, Gen-Bank noch mal kurz dran, ich glaube, die ist auf unserer Seite, naja, wo auch immer, wo auch immer die Action-Roll abgeht, ich gehe zu der Gen-Bank hier, aber ich wollte mich hier noch, erst mal auf mehr orientieren, weil ich mir voll nicht sicher bin, okay, die wollen wir natürlich haben, so, weil wir sind ja irgendwie hier, also, da rausgekommen, ja, natürlich, alles klar, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, lassen wir das, wir, wir, wir wissen ja, wo wir lang müssen, ich mache jetzt hier nur so Umwege, weil ich mich hier einfach, ähm, wie soll ich sagen, besser orientieren möchte, ähm, ich finde das bisweilen gar nicht so einfach, das nervt so ein bisschen, nein, ich vergebe der nicht, oh, stöp halt, man, was hält die denn aus, Mann, ich habe nur vier bekackte Schüsse davon, wo ist die Tussi denn jetzt, wo ist sie halt, Mann, okay, sie ist halt weg, keine Ahnung, wo sie ist, ach, es geht mir bitte, Target Dummy Machine Buster, nein, das ist eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht, wo ich das einsetzen soll, Maschinen Buster, Kameras, Bots und Turrets, wenn mir gar nichts bestens einfällt, Target Dummy ist gut, also ich möchte lieber, ich würde gerne auf sowas, auf Target Dummies und in Rage, das kann eine sehr interessante Kombination sein, vor allen Dingen, wenn man gegen mehrere Gegner kämpft, aber mir fehlen die Slots, und ich würde gerne Slots kaufen, ich weiß nicht, wie man das macht, Alter, Ja, Alter, Alter, was ist das für ein Endboss, und warum hänge ich hier fest, wo ist die scheiß Tussi, ist das für ein Endboss, ich will das alles nicht, was ich hier mache, oh, Alter, das hier möchte ich, wo ist sie, Ja, ja, natürlich, oh mein Gott, ist das anstrengend, ich lasse das nicht auf mir setzen, tut mir leid, ich muss noch mal zurück, das, das, das kratzt an meiner Ehre gerade, Nein, oh Mann, komm halt runter, nein, nicht nachladen, Mann, oh Gott, das kann nicht wahr sein, nein, oh Gott, Was geht ab, was geht ab mit der, Ja, schieß, was war das denn, Ja, ich gehe schon zum Peach, Mann, Die blöde hat die gerade ausgehalten, das war ja wohl mal, signifikant mehr als alle anderen, das ist ja super mies, Ja, Ich lasse mich rein, Die blöde hat sich nicht gekauft, du hast was, von mir und meine Crew, oder oder du möchtest, zu kritisch werden? Du hast hier einen Spell, ich brauche, ich brauche ein bisschen Kaffee, vielleicht ein bisschen Silverschlaut, und so weiter, Ich meine, das kann nicht wahr sein. Oh, nein! Ich habe kein Feuer ausgerüstet. Ich würde gerne noch Feuer ausrüsten, bevor ich hier reingehe. Hier gehe ich ja wohl nicht ohne Feuer rein, oder? Weil sonst kann ich solche Sachen nicht auf... Danke, hier ist ein Genebank. Okay, alles klar. Mann, Leute. So, weg damit. Das bringt es ja mal überhaupt nicht. Was ist das für eine Scheiße überhaupt? Security, so. Simply tag your enemies with your photoelectric insects. And those cameras just become your best friends. Das hat eben voll nicht funktioniert. Genau das habe ich ausprobiert. Das war der größte Scheiß. Und ich brauche... Wie komme ich an neue Slots hier? Meine Güte, regt mich das alles auf. Was ist das? Ich muss mal gucken, was dieses Security-Export-Expert eigentlich ist. Das ist wahrscheinlich... Engineering, ja... Das ist schwierig, wenn man Hacking-Turrets, Bots und Kameras... Ah, das ist eigentlich super wichtig. Flow-Speed. Oh, Mann. Und das hier? Was war das jetzt? Vier Overload-Tiles für ein Hacking. Nee. Nee, nee, nee. Das machen wir nicht. Das ist besser. Das andere ist... 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 Ist größerer Luxus. So, hier müssen alle Waffen abgeben. So. Weißt du was? Sprecher trotzdem noch mal kurz ab. Hm. Hier sieht man das noch, wie viele Little Sisters es gibt. Hier war das. Und wir haben gesehen, wir haben es schon alle gefunden. Einmal 30... Äh, 60 Frames, bitte. Danke. Peter. Okay, wir haben es schon genug. Also, hier ohne Feuer rein zu gehen, bringt... Ist nicht so der Bringer. Oh, ich sehe nichts. Alter, wer sieht mich? Wer sieht mich? Wie kann ich das... Achso, World Shutdown. Das geht erst, wenn es aktiviert ist, oder? Was auch immer, Junge. Was auch immer. Wo... Wo war denn jetzt das Ding, was mich gesehen hat? Jo, alles klar. Ja. Schmeiß halt, los, schmeiß. Alles klar. Boah. Ja, okay. Wo ist jetzt dieses Scheiß? Kamera. Da hinten ist eine Kamera. Ah. Du sollst wissen, ich bin die Kamera. Pass auf. Ja. Keine Ahnung. Alter. Nein. 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 Ah. Ah. Ich muss das anders machen. Ich muss das... Ich muss die erst hier so... Ich brauche mehr Energie. Und... So, den muss ich kurz... kurz stunnen. Dann pecke ich das Teil hier. Ich kann das auch... Äh, jetzt kann ich das nicht mehr aufzeigen. Verdammt. Was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Oh Gott. Wo... Hier. Das brauche ich. Ähm... Hier. Das brauche ich. Ah. So. Das ist gut. Okay, 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 okay. Okay. Alter. Nein. Nein. Oh. Und? Schieß halt. Nein. Falscher... Falscher Stronikum. Ah. Ich komme nicht klar auf die Steuerung hier. Nein. Falsch. Alles falsch. Ah. Troll. Oh, ist das anstrengend. Oh. Mann, was ist mit dem Kabel los hier? Oh. Oh. Ich hätte gerne auch ein Foto von dem. Nein. Dummer Zeitpunkt nachzuladen. Ja, bitte. Wo ist das? Ach, ich habe keine große Kamera. Oh, ich habe immer auf 6 gedrückt, weil ich sonst auch mal auf 6 war. Hilfe, ich muss ja weg. Ich weiß nicht. Ah, 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 ah. So, Junge. Schmeiß halt. Sch... Nein, nicht der Typ, der schießt. Ich kann nichts gehen, den Ausrüst zu möchten. Alter. Wo ist Peaches? Los, schmeiß. Oh, aber ich habe ihn nicht fotografiert. Oh, das war ein Nitro-Splacer. Oh, mein Gott. Oh, ey, das war's, was war das für eine Chaosrunde gerade, ey. Ja, er hat mir noch eine Gun. Äh, komm, leck mich. Ist mir jetzt egal, ich... Ich habe keinen Bock, das zu hacken für die Scheiße. Oh. 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 Wo habe ich die Knarre eigentlich hier. Ach, die Lucky Rom hat einer von den Gegnern verloren wahrscheinlich. Hier war noch was zum Anzünden und so. Ich weiß, ey, boah, aber ey. Ich fand das gerade so anstrengend. So ultra anstrengend gerade. Ja, klar. Ach, alles falsch. Alles falsch. Ja, klar. Oh, schmerz, schmerz, schmerz nicht. Oh, wenn das so schmerz. Wer sagt das? Und wie... Wie kann ich die eigentlich besiegen hier? Ah, ja, natürlich, ey. Weil ja schmerz...